Hallo zusammen, ich bin Marco. Kommt mit, ich zeige euch den Alltag eines Kaufmanns und einer Kauffrau in der Franke. Gesucht wird einen guten Sekundar- oder Bezirksabschluss mit einem beherrschten Tastaturschreiben und natürliches Interesse einer dreijährigen KV-Lehrer bei Franke. Zu meinen Arbeiten gehören Kundenwünsche und Bestellungen entgegennehmen, telefonieren, E-Mails bearbeiten und alles organisieren. Das Gute an der Lehre in der Franke ist, dass man mit vielen Lernenden Kontakt hat und sich gerade auch untereinander austauschen kann. Sehr interessant ist, dass ich im Ganzen bis zu 5 Abteilungen kennenlernen darf und mein Wissen somit auch gerade erweitern kann. Franke ist eine internationale Firma. Wir bieten Kaffeemaschinen, Bäcke und Armaturen sowie Industrie-Teile für zum Beispiel Angaben an. Bei uns in der Franke kannst du in verschiedenen Divisionen arbeiten und zum Team dazugehören. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich bei der Franke. Tschüss zusammen! Tollten! Tollten! analyt